Und ja, dann begrüße mal die Leute, die da drinnen sind und die draußen sind in der guten weiten Welt, denn wir gehen nun in den Dungeon und hoffen, dass wir hier mal was finden. So, auf jeden Fall hier mal ein Buch, das gelbe Buch der Rätsel gefunden. Ich weiß nicht, gibt es hier irgendwas drin? Was? Der Ork. Dei Antwort. Was? Ah, die Antwort. Der Ork. Ich depp. Ja, der Ork hat den Boss mehr getötet. Dann gucken wir mal an, das war jetzt ein Riesending. Guck mal an, die Texturen, die Texturen, die sind echt geil. Gut, wenn man vielleicht mit heute vergleicht. Aber es sind 4K-Texturen oder 2K, irgendwie sowas. Ey, Freundchen, guck mal. Ach, Nordrhein. Hat hier jemand irgendwie reingepiest? Ich weiß nicht, ich kann nicht mehr speichern. Was ist denn hier los? Geht Speichern hier nicht mehr plötzlich oder was? Äh, doch. Aber warum? Hm. Speziell. Oh. Käse. Das ist alles völliger Käse hier. Was gibt es? Ah, eine Gästehersohn. Los, meine Lieblinge. Ein Eismagier. Eismagier. Gut, wenn er so ist, da ist Eis, äh, bups, dann machen wir Feuer rein. Wenn es einer geht, dann geht es andere. Oh. Der hat halt gar keine Verzauberung, ne? Wir sind halt mit unseren Sachen hier, 40 Punkte Magika-Steigerung, 75%. Darum haben wir so viel aus, darum haben wir nicht mehr so viel gekauft, ne? Ich hab die Dinger so gekauft hier. 75% schnellere Magika-Regeneration. Oh, normale Boots. Achso, und auch hier noch Gesundheit und Magika. Ja, wir haben hier 50 Punkte Magika, äh, zusätzlich und noch Magika-Magika-Regeneration und hei, 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 der Witzker. So. Mitnehmen, quatsch. Ach gut. Oh. Hier geht's niemand lang. Oh, geh, dann mal weiter. Oh, oh. Da ist ein Beschwörer, der wird bestimmt mit... Yo. Der ist nicht so eisresistent. Genug, genug. Ich ergebe mich. Wirklich? Nein. Ich lasse... Was? Diesmal. Aus dem Weg. Okay, da war aus dem Weg. Wenn die halt nicht gerettet werden möchte. Wer ist denn hier umgekommen? Dann... Zuerst mal... Na stimmt, speichern geht ja irgendwie aktuell nicht. Aber hier geht's. So. Ähm... Los geht's. Jetzt wirklich. Ähm... Ähm... Okay, tschüss. Jo, also... Schneller. Ich glaub, als Pole kriegst du das auch nicht so gut hin. Oh. Wir haben auch noch Vampire, die einfach nur eingesperrt sind. Warum tun das Leute so, ne? Ach, die Brechstange. Was war das? Ich weiß nicht. Aber du bist ja irgendwie böse und die wird auch nicht herkommen. Du Mutti? Du musst raus. Aber gut, ja, da zeigt... Der hat sogar einen Dresser hier. Na, guck mal an. Das geht doch zu weit. Oh, die Streckbank wurde rege genutzt. Also... Props, wer das gebaut hat. Nee, hast du nicht. Die rennt ja immer gegen die Wand. Also dem her... Pff... Egal. Jungchen. Oh. Das ist ein anderer Typ, ne? Wie jetzt? Ach, geht so. Ich glaub, der hat's einfach verpennt. Machen die gleich die Dame nicht, oder was ist denn hier los? Das ist ja fies, ne? Komm, jetzt die Regeneration, komm mal ein bisschen schneller voran. Hier, echt. Das dauert hier aber auch. Obwohl ich schon 75% mehr... Prozent Regeneration habe drauf, ne? Aber ich habe ja auch, guck mal. Wir haben jetzt auch hier durch Skillpoints 180 bekommen, ne? Also... Jetzt haben wir hier 91... 97... Das muss halt irgendwie nochmal schneller gehen, ne? Da haben wir schon 50% mehr. Nochmal 50% mehr. Ich hätt auch Ausdauer wieder her. Hö? Erholung. Nochmal 50... Was? Ach, heilzauber. Und hier... Und hier... Mankiger Regeneration... Nee, 25% schneller. Und... Hier nicht, oder was? Noch einmal 25% obendrauf. Ey. Das ist ja extrem. Was? Ich habe schon die Kleidung mit 75%. Dann gibt es ja nochmal eine 25%. Das ist doch enorm. Irgendwann sind wir bei... Ähm... 50 nochmal mehr. Also... Ey, da wird's geil. Da sind wir irgendwann mal 10.000. Gut, so schnell nicht. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Das dauert ja irgendwann... Dann nicht mehr ganz so lange. Die alte Schrulle hat sie fertig gemacht. Ja, gut. Ihr Problem? Ja, gut. Wenn ich hier mit lebendigen Personen halt... Tests durchführe, habe ich auch kein... Verständnis, dass du hier umkommst. Ja, du doppelte Depp hier, ne? Willst du nochmal haben? Okay. Dann ist man tot. Level-Aufstieg. Yo. Jetzt mal gucken. Äh, wir wollen 30. Shit. Wie viel sind wir hier bei 29? Wahrscheinlich auch 30 hier, ne? Na. Blitzzauber. Frost. Und Feuer. Ist auch wenn ich hier die 3, ne? Ach. Wir haben jetzt besetzt eigentlich Frost und Feuer. Flammenmeer. Eiskälte. Auflösen. Dann ist nämlich Blitz wahrscheinlich das... Blitz ist wahrscheinlich auch das... Mit, äh, am meisten... Sag mal. Ähm. Schaden. So rum. Blitz sind wahrscheinlich auch die am tödlichsten. So rum. Oh. Ein Heilungstrank. Na, sieh mal eine an. Äh, irgendwas müssen wir hier... Wir müssen, glaube ich, hier Bücher finden oder so. Bücher von irgendjemandem. Oder mussten wir die finden? Ich weiß es gar nicht mehr. Ach, ich habe keine Ahnung mehr. Irgendwo müssen wir die finden. Vampirstaub. Oh. Cool. Die haben schon ausgeblutet. Den hier, glaube ich, auch. Hm. Speziell. Ähm. Jo. Ach. Ja. Geht es hier wirklich weiter? Jo. Ach. Macht mir so ein Schmarrn hier. Und ich werde euch nicht im Weg stehen. Sie hat gesagt, ihr bleibt hier drin und dabei bleibt es. Los, los. Halt! So, der Magier, der gucken wir noch mal hier in der Runde. Der wird auch sterben. Ähm. Ähm. Die Säule. Wer weiß, was sie mit mir gemacht hätten, wenn ihr nicht gekommen wäret. Die Säule halt. Ich hoffe, euch hier rauszukommen. Versprochen. Die. Die Bücher. Oh, verstehe. Ich dachte. Hm. Ich dachte, ihr seid vielleicht wegen mir hier. Ach ja, die Bücher. Die Ruferin muss sie haben. Ja, ja. Ich bin an einem der Bände sehr interessiert. Die Ruferin. Klar. Allerdings nicht interessiert genug, um zu verhindern, dass ich eingesperrt wurde. Ihr sollt euch in Sicherheit bringen, ne? Ihr braucht meine Hilfe nicht. Ähm. Ich wollte doch nur helfen. Schön, dann rette ich eben nur meine eigene Haut. Danke, dass ihr mich aus diesem Käfig gelassen habt. Ich muss hier raus. Es gab noch mehr Optionen. Shit. Kost und Logis. Ich muss hier raus. Du kommst jetzt auch mit? Na gut, warum nicht? Ähm. Wir sind von hier gekommen, ne? Oh. Warte mal kurz. Wohin geht denn das andere? Hier geht es auch noch rüber. Aber so wie es ausschaut, geht das in diese Richtung und hier. Guck. Dann gehen wir mal kurz zurück. Mal gucken, was hier ist. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Oh shit. Schlüsselerfreulich. Das Schlüssel kann nur mit einem Schlüssel aufgeschlossen werden. Ja gut. Dann machen wir uns auf die Hüften. So, Freundchen. Oh shit. Ähm. Ähm. Hätten wir doch gebrauchen können, ne? Eine Hilfe. Vielleicht. Machen wir es mal so. Auf die alte Tour. Hey, Freundchen. Hey. Shit. Shit, 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 shit. So. Oops. Uh, ah. Was ist das für eine? Hat irgendwelche Magie oder so? Ein Seelenstein. Hey! Shit. Ähm. Na dann, Freunde, auf ins Getümmel. Ja, zum Glück kann ich auch das noch. Zum Glück kann ich auch mit dem Schwert beziehungsweise mit Axt umgehen. Und das nicht mit einem schlechten Älter, ne? Hm. Ja, da wäre mein Papa Scholz. Scheiße, echt nicht. Kurz mal den Kopf abgenietet. So geht's, nicht andersrum. Ähm. Ich habe jetzt zwei umgebracht. Da muss ja noch einer rumliegen. Ach, hier rum geht's. Das stimmt. Das so verwirren dir die Gänge. Hö, sind alle getötet worden? Oh. Wird es heiß hier oder liegt das nur an mir? Ähm. Du bist gefangen. Was kann ich etwas für euch tun? Ähm, nein. Ich möchte dir helfen. Hm. Kann man dir nicht helfen? Also, ja gut. Wenn dann, dann... Oh, die ist tot. Und die sind Bücher, die ich noch nie geöffnet habe. Juhu. Oh, hier auch noch. Die Wolfskönigin Band 3. Na, dann... Lasst es schwingen, die Klingen. Die Legenden des Roten Adlers. Ey, wenn ich die Bücher... Guck mal, nehm mal mit. Oh. Ne, das war irgendwie falsch. Das habe ich irgendwie anders in Erinnerung. Das heißt, die Bücher... Oh, muss man die wirklich angucken. Oh. Mitnehmen schmarrn. Vier Stück. Oh. Na gut, wir drehen nicht alles. Und wenden, wie wir wollen. Ist zwar schön, diese Einblendung, aber... Dauert halt schon eine Ewigkeit. Oh. Ne, den Rest brauchen wir nicht. Wie heißen denn die Bände? Hä? Das war ja noch eine andere Quest. Scheiße. Das war dann wirklich eine andere Quest. Ey. Wie gibt's... Wie gibt's dir noch? Knoblauch für Vampire? Ist wahrscheinlich irgendein Mythos. Kann ich mir gut erklären. Da hinten ist einer. Da speichern wir mal kurz. Ähm. Oh. Den wollte ich nicht umbringen. Aber gut. Oh. Komm ran an den Speck. Mein... Oh Mann. Bewegt dich nicht so Affe. Da hinten kommt noch einer. Oh. Freundchen. Oh. Ja guck mal. Level 1. Also das schaffen wir doch. Das würden wir sogar mit dem hier schaffen. Hm. Sind dann alle tot. Knochenmehl. Juhu. Die Aschehaufen hat es wohl in sich. Das sind Totenbeschwörer. Beschwörer darum. Und Toten. Logischerweise. Und hier sind das Skelett zurückgefallen. Und hat sogar ein bisschen Gold dagelassen. haben wir so wie Skelett umgebracht. Gut. Wir haben schon zwei, drei Headshots verpasst. Aber... Zauberbuch. Zombie erwecken. Mitnehmen. Der wurde auch schon ausgeleert. Hm. Gut. Das war der mal mit der Vorhauf. Ähm. Dann machen wir mal hier so. Zauberbuch. Zack. Haben wir gelernt. Zombies erwecken. Und dann mal gleich. Warum auch immer. Oh mein Gott. Ich muss mal kurz gucken. Die Steuerung. Du musst doch hier irgendwo schnell speichern sein. F5 schnelles speichern. Yo. Ist aber irgendwie nicht so. Ach so. Ach. Alles klar. Mein Problem. FN-Tasten. Funktionstasten. Ach. Ach. So. Ähm. Kurz mal auf die Mappe geguckt. Da hinten sind sie. Das heißt wir müssen hier hin. Dann zack. Und dann. Ja. Gibt so was auf die Happe Happa. Ähm. Gibt's nichts zu stehlen. Hier. Mitnehmen. Der Beschwörer kann mich mal. Oh. Immer noch. Ich dachte die wären dann. Tot. Wenn die Kollegen ja auch sterben. Oh. Ne. Super Position. Kann man die auch einnehmen. Ist das irgendeine Yoga Art? Ich glaube schon. Ne. Die pennt wahrscheinlich. Die schläft. Guck mal. Die Augen sind zu. Der geht's gut. Die tut nur so. Ähm. Und der Lied. Der hat wirklich ein kleines Problem. Ein Kälterstoß der Gesundheit und Ausdauer. Oh. Gesundheit und Ausdauer. Hm. Oh. Nehmen wir mit. Oh. Die Drossel Eier. So. Fast noch. Verpennt. Hier muss wohl irgendwie. Was gewesen sein. Talos auf jeden Fall. Kennen wir. Die Türe ins Reich des Vergessens. Kann ich hier. Äh. Den. Den Segen von Talos irgendwie aktivieren. Ja. Hier. Guck mal. Aktivieren. Schreien von Talos. Getan. Funktioniert also immer noch. Jetzt sind wir alle Krankheiten los. Yo. Augen ist. Äh. Die Augen sind gut. Coole Krankheit. Ne. Oh. Da hinten auch noch so einer. Zack. Hier auch noch. Sehensteine sind auf jeden Fall. Gefragte Sache. Ist da jemand? Nö. Nur der Hofgeist. Oh. Jetzt aber, ne? Wie jetzt? Ach guck mal. Wird gebrodelt hier. Da kommt man aber nie ran. Das ist aber ganz doof. Warum stellen sich die Potts so weit nach hinten? Das ist doch so blödel. Da kann man gar nichts reinpacken zum Packen oder so. Das ist doch echt doof. So. Cool. Salz. Cool. Salz. Cool. Aber das möchte ich auch gerne haben. Ah. Nichts mal dabei. Nichts der Totenschein hier. So. Ist das das? Das ist ein Ruhinier des... Ein Ruhinier des Buch? Ähm. Ja jetzt aber. Gibt es zwei Aus... Wie jetzt? Finde die gestohlen Bücher. Hä? Hier in der Wand oder was? Ah. Ist ja skurril hier. Na. Schlüssel. Hey Freundchen. Ne. Den machen wir mal mit Flammen fertig. Zum Glück kann man hier zwei gleichzeitig ver... Äh. Zwei gleichzeitig. Nein. Das wollte ich nicht. Zum Glück kann man hier wirklich auch zwei... Dinger gleichzeitig. Ja gut. Jetzt haben wir es eh an. Scheißegal. Wir tragen es ja eh mit. Ja. Wir haben unsere Rüstung hier schon an. Die recht cool ist. Ne. 50%. Wir haben 75%. Hm. Na ja. Ist auch okay. Kein Ding. Magika. Saufen. Hier noch ein Buch. Drei. Fünf. Hm. Da gibt es zwei Geschichten. Und hier auch Part 1 und Part 2. Ey. Das wäre so cool, wenn man das irgendwie mal zusammen hätte. Dauert zwar eine Ewigkeit. Aber. Das wäre echt cool. Weil ich es irgendwie mal wirklich zusammen hätte. In-Game dann so eine Bibliothek. Klar. Ist irgendwie witzig. Oder und. Ja. Doof. Ey. Wie viele Gänge hat das Ding hier? Die wollen wir mal für alle verarschen. Oh. Ja. Wo man auch immer Quests bekommt. Ne. Man staunet und hört. Arcana Verzauberer. Wart mal kurz. Kurz. 17% haben wir nicht an. Äh. Man kann nur einen anhaben. Och. Ist doch doof. Oh. Das ist irgendwo eine Quest. Aber ich weiß nicht warum. Also die Quest haben wir glaube ich noch nicht. Bringt mir aber auch nichts. Ähm. Gesundheit wiederherstellen. Ja. Das ist also wichtig. Redekunst verstärken. Frostressanz. Dauerhafte Magikerschaden. Hm. Na gut. Zu Hause haben wir viel mehr Zutaten. Da müssen wir zu Hause mal ein bisschen. Craften. So. Mal Zwischenspeicher. Kann nie schaden. Weil ich weiß eh nicht wo. Wie. Warum. Hier gibt es auch noch einen. Zwischengang. Keine Ahnung. Wo der wieder hinführt. Hier drüben. Oh oh. 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 Das sind auch irgendwie Kolleginnen. Von irgendeinem Bund. Oh. Der Geist von Nürn. Oh. Die Nierenwurz oder was? Jo. Nehmen wir mit. Ja. Die sind hier am Süppeln gewesen. Und wir. Oh. Zerstörung verbeistet. Cool. Du trägst zu viel. Ja. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ne. Warum tragen wir den hier mit uns? Warum auch immer. Blitzresistenz wäre schon ziemlich geil auf unsere. Warte mal kurz. Wir haben noch den gerade vorhin gehabt. Den Arkan. Nehmen wir das Ding weg. Und legen das auf unser. Warte mal kurz. Hier. Da hinten war er. Legen wir auf unsere Füße oder irgend sowas. Blitzresistenz. Warum nicht? Wir brauchen eigentlich eine für Feuer. Für Feuerresistenz. Warte mal kurz. Ist das hier irgendwie? Ähm. Ja. Weg Kapuschel. Null. So. Welche tragen wir denn? Tragen wir überhaupt welche, die Rüstungswert haben? Ich weiß gar nicht. Rüstung Null. Ne. Bringt also irgendwie gar nichts. Nur hier Rüstung Null und hier Rüstung Null. Ah. Das ist schon irgendwie doof. Common halt. Ne. Einfache. Boots. Common Mage Boots. So. Die Common Mage Boots nehmen wir mal. Äh. Magiker Resistenz. Wenn das überhaupt geht. So. 10%. 5, 2, 1. 5%. 10%. Na gut. Komm. Weg damit. Wir sind gleich XXL verteuert. Haben wir denn? Alles. Die Boots haben wir. Hoodie haben wir. Und der ganze. Der Rest. Ja. Aber denke mal. Das ist mir noch Blitzresistenz. Vielleicht hätten wir eher Feuer oder. Ich weiß nicht. Vielleicht gucken wir das mal an. Äh. Wie, wo, was, warum. Aber. Bis jetzt ist das einzige was wir hier haben können. Nein. Ich soll nicht über einen sacken. Wir haben ja noch 315. Ach. Mann. Oh. Hier geht es noch weiter. Mal gucke und staune. Prost. Hallo. Der ist leer? Hey. Cool. Ich bin gegen den Blitz. Noch 10% Resistenz. Ähm. Junge. Die haben abgrasiert, ne? Schlüssel. Wir haben Schlüssel bekommen. Cool. Ist es jetzt so Universalschlüssel für die Türen oder was? Wenn dann, dann gehen wir nochmal zurück. Ach, scheiße. Die Garderobe. Hm. Wenn das so ist. Dann gehe ich wirklich mal zurück. Und gucke mir das Ganze nochmal an. Hier nochmal eine Tür. Ach Mann. Es gibt so viele Türen. Rolle der Massenlähmung. Ja gut. Wenn man will, dann kommt man sie auch irgendwie hin. Muss ja machbar. Wow. Scheiß. Äh. Speichern hier. Ah. Die hängen nur rum. Das muss so. Scheiße ey. Die hängen nur rum. Ach. Von der anderen Seite hat er verbarrikadiert. Okay. Was? Himmelsrand? Wie jetzt? Das ging ja schnell. Das ist der Haupteingang. Und wir sind wahrscheinlich irgendwo von Weißgottgeier woher durchgekommen. Hallo. Feuermage. Ich glaube gegen... Mit Frost gibt es schneller. Die verschießt Frost. Da nehmen wir die Flammen. So und jetzt, wenn wir noch nichts haben. Wie bitte? Ja, gegen das Vieh haben wir irgendwie niemand was dagegen, ne? Oh. Eine Tomate. Oh. Hier geht es aber mal recht weit hier. Ähm. Warum ist hier plötzlich ein Aschehaufen? Hat jemand versucht, ähm... Dinge zu tun? Mal wo jetzt? Da geht es nochmal weiter runter in den Dungeon? Oh. Ah. Das sind ganze Abkürzungen hier, ne? Ja, logisch eigentlich. Ich depp. Muss ja nur so... Also, es kann schon so sein, aber... Es klingt jetzt auch irgendwie vernünftig, dass man hier nicht die ganze Zeit hin und her rennen muss. Sondern zack, zack, zack. Wenn du ja hier wohnst, dann willst du nicht 10.000 Jahre hin und her... Ah, genau. Von der anderen Seite verbarrikadiert. Dann willst du nicht irgendwie 10.000 Jahre hin und her rennen. Und das ist auch irgendwie schon logisch, ne? Aber ich glaube, die Dame hier... Die wird, glaube ich, noch Jahre... Die zwei werden noch Jahre hier liegen und... So sich die Zeit vertreiben. Aber wer sie retten möchte, das will ich sehen. Ja, will ich wirklich sehen. Ob das so hinkommt, weiß ich nicht. Aber das sehen wir irgendwann. Von der anderen Seite. Vielen Dank.